Guten Tag, mein Name ist Rainer Straub, ich bin Vice-Präsident für Sales & Service der Firma EcoClean. Wir sind ein Hersteller industrieller Reinigungsanlagen und werden auch dieses Jahr wie von Beginn an auf der Parts2Clean ausstellen. Dieses Jahr werden wir eine Neuigkeit ausstellen und zwar werden wir ganz spezifisch auf das Thema Entgraten kombiniert mit Reinigen im Einzelteil eingehen. Hohe Bauteilsauberkeit erfordert hier neue Technologien und wir werden hier in der Branche etwas ganz Neues zu diesem Thema präsentieren. Die Parts2Clean ist für uns ein wichtiger Treff der Branche. Die Besucher erleben hier entlang der gesamten Prozesskette der Bauteilreinigung die gesamte versammelte Kompetenz, beginnend von Chemie, Verfahren, Anlagentechnik als auch Messtechnik bis hin zur Verpackung. Deshalb unbedingt auf die Parts2Clean gehen, um hier das gesamte Paket zu erleben.